Kann jeder Christ einen anderen taufen oder muss das ein Pastor machen? Erster Teil der Frage ja, zweiter Teil der Frage nein. Also jeder Christ, jede Christin kann taufen. In allen Konfessionen? In allen Konfessionen. Das ist lustig an dieser Stelle. Wir haben ja hier oft konfessionelle Unterschiede. In diesem Fall gibt es auch konfessionelle Unterschiede, aber nicht über diesen grundlegenden Punkt. Also die Amtsträger machen es üblicherweise, aber jeder Christ, jede Christin kann taufen. Das gilt insbesondere dann, wenn sonst niemand da ist und gerade in Notfällen. Krankenhaus. Typischer Fall, Kinderkrankenhaus, das Kind soll getauft werden, das Kind ist nicht zu retten, sterben ist krank, es ist niemand da, dann tauft die Krankenschwester. Und interessant, das habe ich bei der Vorbereitung gelernt, wusste ich auch nicht, nach der katholischen Ordnung dürfte in einem solchen Fall sogar die muslimische Kinderkrankenschwester taufen, wenn sie es denn nur ernst meint und weiß, wie es geht. Also so weit geht es, auch die Nichtchristin dürfte es nach der katholischen Ordnung, aber einig sind sich alle daran, sie brauchen keinen Pastor dafür. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017